So, beim Darts gibt es ja bekanntlich Bounce-outs, aber neben Bounce-outs gibt es auch ganz selten mal ein Bounce-in. Hier habt ihr den von Steve Beaton, den wahrscheinlich jeder kennt. Und jetzt wurde mir noch einer zugespielt von TheGerät, ein JDC-Jugendspieler bei mir im Dashboard-Förderzentrum Augsburg, der sehr bald Geburtstag hat, deswegen schon mal alles Gute zum Geburtstag. Und hier ist der Bounce-in von TheGerät, was ihm dann einen schönen Score bescherte und er hat da auch die JDC-Challenge gespielt und kann man mal so machen. Hier noch das Beweisfoto. So, jetzt wollen wir kurz was anderes. Kurz und knackig, haut's rein. Tschüssi!